Na dann, kommen wir mal wieder aus der Hüfte. Yeah! Das Besondere am Arbeiten im Gesundheitszentrum ist, dass man fachbereichsübergreifend zusammenarbeiten kann. Sich austauschen kann mit den Kollegen und es ein bisschen so ist, als wäre man in der Klinik. Ich komme jeden Tag zur Arbeit mit dem Zug aus Berlin. Glücklicherweise liegt das Gesundheitszentrum direkt am Bahnhof in Brandenburg, sodass ich quasi in mein Büro hineinfalle. Mein Weg vom Bahnhof ist nur so kurz. Wirklich nach einem Jahr hier in Brandenburg wollen wir nicht irgendwo umziehen. Also die Vorzüge im Angestelltenverhältnis sind, dass ich keine Personalkosten habe. Es ist einfach schön, dass ich mich um EDV nicht kümmern muss, dass ich nicht verantwortlich bin für die Mitarbeiter, wenn sie krank werden oder ähnliches. Das wird alles zentral erledigt. Der neue Kollege dürfte sich auf ein großes Team mit freundlichen, netten Mitarbeitern freuen. Super Team war es an der Arbeit. Die Lust hat mitzugestalten und an den Wochenenden und den Abenden haben bei uns alle Mitarbeiter frei. Einfach das ist Leben. So habe ich auch am Wochenende mal Zeit, um zum Konzert zu gehen. Arzt sein, ohne Risiken und Nebenwirkungen. Jetzt als Allgemeinmediziner bewerben. Humor können wir hier nicht gebrauchen. Ja! 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 Vielen Dank.